so hallo zusammen ich bin das mal wieder und willkommen zu einem ja eher ungeplanten video aber das ist mir doch sehr wichtig und deswegen möchte ich euch es eben auch präsentieren jetzt fragt man sich was will der eigentlich was will der eigentlich mit wurzeln er hat doch die letzte zeit gar nicht mehr wurzeln gestreamt und da wird der eine andere auch letztlich recht behalten denn ich habe wirklich eine wurzeln pause in dem sind eingelegt und das liegt vor allem ja daran dass ich das spiel sehr in der beta gespielt habe und bis auf maximalstufe also level 90 und irgendwie die höchsten expeditions eigentlich auch schon alles so gesehen erlebt habe was mir irgendwie wichtig in dem spiel erscheint aber eines ist mir jetzt doch sehr wichtig darüber möchte ich definitiv sprechen und zwar gab es gestern ein jahr in gewisser weise offiziellen stream mit david brevick und daniel du lui du lui ich glaube so heißt ich weiß nicht genau wie es ausgesprochen wird auf jeden fall im co dem chief executive officer von wilson studio und das war ein sehr interessanter stream und da möchte ich mit euch ein bisschen drüber sprechen was meine meinung dazu ist und was ich da so ein bisschen rausgelesen habe man muss sagen ich werde natürlich nicht alles zusammenfassen ich werde extra das video unter also sprich dem mitschnitt unter das video packen natürlich hier die quelle angeben und da kann ja jeder letztlich entscheiden wie er darüber denkt aber was mir auf jeden fall sehr wichtig erscheint ist die tatsache dass auch wenn der ganze kram nur so eine stunde oder so ging und ich eigentlich dachte das geht es fast zwei stunden haben ich eine gewisse mischung raus gelesen habe daraus gehört habe zum einen ein stolz was die entwickler geschafft haben also er hat also ich werde jetzt fast immer eigentlich nur von dem co sprechen also david brevick wer ihn kennt ich bin nicht ein großer fan von ihm wenn ich ehrlich bin ich mag seine art nicht ich finde er ist teilweise so 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 oberlehrhaft und ich weiß nicht ich mochte ihn noch nie so richtig er ist oft auch in interviews und so ich weiß nicht er tut so als wäre der aller krasseste und ich weiß nicht ich habe auf jeden fall mit ihm jetzt nicht so viel zu am hut aber wichtig ist was hier der ceo gesagt hat der ceo also sprich daniel ich sage es einfach im nachhinein oder im späteren verlauf immer daniel da weiß jeder worum es geht hatten dem sind erst mal immer wieder angesprochen dass es ja nur 40 leute sind und das ist immer noch für die eben das erste projekt war und auch wenn sie hinterher das wusste ich gar nicht also das war wirklich interessant sie haben auch ein paar entwickler dazu bekommen die auch schon an triple a games gerade mitgearbeitet haben ich meine hat sogar gesagt irgendwie einige sind aus dem lost ark team was ich mega interessant finde und das ist halt auch schon eine hausnummer wenn du als ein neues entwicklerstudio als ein junges entwicklerstudio entwickler von lost ark in dem sinne akquirieren kannst finde ich das persönlich schon echt krass also das ist glaube ich wirklich ein qualitätsmerkmal und das sollte auch in gewisser weise noch mal unterstreichen wenn das mal alles richtig fertig ist wenn das mal alles viel viel besser läuft und so weiter und so fort glaube ich persönlich dass dieses spiel noch also noch viel viel größer werden kann also mit ist auch wenn ich gerade selbst so ein bisschen hier pause eingelegt habe und wieder ein bisschen diablo gespielt habe gerade spiele ich ein bisschen ww also so ein bisschen halt rumchille dieses spiel muss ich wirklich so sagen ist wenn man so möchte zu sowas wie meinem drittliebsten spiel aller zeiten geworden also klar ww wird immer nummer eins sein und diablo wenn ich mir angucke wie lange ich schon diablo gespielt habe oder auch schon spiele diablo ist immer auf zwei das wird sich auch nie ändern aber holzen ist auf einem guten weg die nummer drei zu werden und das ist etwas besonderes weil ich ehrlich gesagt jemand bin der eigentlich so gut wie gar keine neuen spiele groß spielt also vielleicht mal für ein paar tage aber nicht über wochen oder monate und wenn ich überlege dass ich in der in der alpha gespielt habe in der in der technischen beta in der späteren beta also und dann natürlich zum release so dann finde ich einfach dass es ein gutes zeichen ist egal was ich sagen wollte bevor ich hier wieder irgendwie abschweife ist einfach dass den daniel noch mal betont hat irgendwie dass für die eben auch vieles einfach neu ist und er hat auch glaube ich darf ich bin mir ganz sicher ich glaube er hat nur von einer testperson gesprochen also eine person die für die gesamte testphase und so zuständig ist was ich krass finde was aber auch in gewisser weise natürlich kritisiert werden darf denn wie kann sowas sein also da muss man dann einfach auch sagen hier sind vielleicht die prioritäten falsch gesetzt worden genauso wie ich es absolut nicht nachvollziehen kann jetzt bei aller liebe ich kann es nicht nachvollziehen dass es halt nur einen community managerin gibt also das ist ein spiel was jetzt eine million mal verkauft worden ist und eine community managerin soll sich um alles kümmern ist doch kein wunder dass dann teilweise lange dauert bis dann mal irgendwie keys also verlost werden also da glaube ich hätten sie mehr investieren sollen aber ich maße mir das nicht an ich fand nur diesen hinweis auf jeden fall interessant so und dann wurden natürlich auch fragen gestellt also zum großteil war es einfach nur so ein gameplay die haben ein bisschen gezockt der streamer den kann ich überhaupt nicht der hatte auch nicht viele abonnenten beziehungsweise keine nicht viele follower ob das ein ganz neuer stream war ob das von irgendeiner seite war ich habe es nicht verstanden weil ich bin habe ich noch nie von gehört aber es war nicht schlimm so es war eigentlich eine nette atmosphäre die stunde habe ich auf jeden fall gut genossen wenn ich immer wieder sage dass ich da nicht ganz sicher bin ob ich es richtig verstanden habe das liegt nicht daran dass ich das nicht verstanden habe weil das englisch war und das war überhaupt kein problem weil englisch ist ja nicht so die sache für mich aber dann in de louis ist eben franzose der hat einen solchen akzent und teilweise hat das auch so ein bisschen geschockt also ich weiß nicht ob das skype war auf jeden fall ja das war manchmal ein bisschen wirklich schwierig ich habe mir das ist nur mal zum zweiten mal angehört ich bin teilweise immer nicht ganz sicher ob ich das was ich da gehört aber ob ich das richtig verstanden habe aber ich meine hätte auf jeden fall lost ark gesagt aber auch da will ich nicht zu einer prozent sagen ja das ist auf jeden fall so dass kann das ist einfach so bin ich mir persönlich nicht so sicher deswegen einfach mal gucken aber was ich auf jeden fall sagen möchte ist dass man zwei dinge einfach raus gehört hat der daniel de louis ist auf das stolz was sie erreicht haben aber und dass die zweite sache die super oft angesprochen worden ist sie wissen halt auch dass es noch viele fehler gibt und dass auch viele spieler extrem unzufrieden sind und aus diesem grund sind es jetzt noch drei monate ab jetzt bis das spiel in dem sinne wieder also bis es wieder in richtung content halt gehen kann dieser content wird ja dieses leaks system sein also ja so was wie eine season in diablo oder eine league in part of exile und von daher es wird dann eben bestimmte affixe geben oder was auch immer auf jeden fall so gewisse liga spezifische dinge und ja das ist eben das womit das spiel wenn man so will dann wieder ich denke mal auch spätestens für mich dann wieder wirklich eine große großen stellenwert eben bekommen wird im moment ist es halt einfach so ich habe halt viel erlebt und ich habe das spiel wirklich sehr genossen und ist wenn ich jetzt gerade wieder zwei minuten spiele macht es wieder spaß aber irgendwann muss man eben auch mal sagen okay ich will jetzt mal eine pause machen weil ich möchte mich nicht in dem sinne möchte nicht das gefühl bekommen dass mir das spiel einfach an sich keinen spaß mehr macht und deswegen ist es oft so dass ich dann auch in diablo zum beispiel sage so ich habe jetzt wieder genug gesehen hat spaß gemacht waren ein paar schöne wochen oder man teilweise nur ein paar tage aber das reicht jetzt eben auch und jesus hat ähnlich ich glaube wutzeln wird ähnlich so einen ähnlichen verlauf für bei mir persönlich nehmen wie diablo ich glaube einfach dass das so ein spiel ist da wird man alle paar wochen paar monate gerne wieder reinschauen aber du wirst es halt nicht kontinuierlich monatelang spielen also was die parts of exile was du tierisch jahre spielen könntest was bei mir glaube ich auch nicht funktionieren würde weil ich irgendwann eben auch den reiz verlieren würde das ist glaube ich bei wilson das ist vermöglich gerade wenn es alles mal auch von den vom balancing her fertig ist aber ich glaube das ist irgendwie nicht so der anspruch naja aber letztlich geht es eben darum dass er eben gesagt hat so nach dem motto ja bis dahin kommt halt kein neuer content und das war ja in dem sinne ja auch nichts komplett neues aber ich finde einfach er war hier einfach ehrlich also man hat in keinster weise gemerkt dass diese entwickler das wird ihnen ja oft vorgeworfen sagt die motto jetzt haben sie ihre ihr geld eingenommen und jetzt obwohl es ein ziemliches backfest war und jetzt machen seit gar nichts mehr so das ist halt kompletter bullshit das muss ich einfach so sagen jeder der das sagt hat von diesem entwicklerstudie absolut keine ahnung ich würde sagen die schämen sich so ein bisschen dafür was da gerade zum release los war und er wurde gefragt so nach dem motto irgendwie wann er das letzte mal einfach just for fun mal wilson gespielt hat und dann meinte er so ja er versucht es irgendwie so oft wie möglich aber es ist halt gerade schwierig denn nach dem seit dem launch hat er einfach so gut wie keine zeit es gibt eine testversion also mit den späteren builds ob es die im moment gibt weiß ich nicht aber er hat es auf jeden fall angesprochen ich denke mal es war im hinblick auf den release gemeint und die würde er halt immer wieder gerne spielen aber er spielt in dem Sinn auch so ein bisschen halt in der live version aber ist da gerade mal irgendwie an von level 40 oder so das heißt er er würde lieber spielen aber ist natürlich nicht die zeit von daher es ist nicht so dass die entwickler jetzt meinen eine ruhige kugel schieben zu wollen ganz im gegen ganz im gegenteil die sind wirklich davon überzeugt und das hat er auch gesagt da wurde irgendwie auch himlik auf den item shop mal gefragt ja das hat doch ein paar so extra ganz gut geklappt und irgendwie warum sollte das bei uns nicht funktionieren und er hat ganz klar gesagt da geht es nur um kosmetische items da geht es um nichts anderes und ich bin einfach so naiv ich weiß viele würden jetzt wieder vorwerfen Tobias du nimmst das ganze wieder viel zu wenig ernst du musst die firma kritisieren und so das habe ich das öfter gemacht wie viele videos habe ich dazu aufgenommen es war auch ein bisschen der grund warum ich es auch keine texte geschrieben habe weil ich gedacht habe da hätte ich das eh nur noch mal wiederholt und was bringt das also die meisten heutzutage ich sehe es ja selbst bei mir ich höre mir lieber ein video von fünf minuten oder so an anstatt dass ich den text lese es sei denn es sind halt wirklich themen die einfach in video form die man so nicht behandeln kann zum beispiel das thema corona finde ich in so vielerlei hinsicht teilweise einfach unangemessen wie das auch ja in den medien teilweise auch thematisiert wird also sprich wie es teilweise zeitungen oder wie auch immer halt machen und da finde ich dann eben auch oder auf gerade auch fernsehsender so dann finde ich auch dass man sich da eben auch die zeit nehmen sollte und danach wäre dann zum beispiel ein richtiger artikel so ein kommentar wo man sich wirklich wo man wirklich versucht auch argumentativ eben vorzugehen finde ich eher angemessen ich bin davon überzeugt dass die genau wissen was für eine scheiße sie gebaut haben sie wissen aber auf der anderen seite auch und das hat er des öfteren angesprochen wo sie gestartet sind er hat davon gesprochen dass das team am anfang aus 15 leuten bestanden hat und das auch noch ich glaube ein paar wochen vor dem release waren es glaube ich 35 leute und erst später irgendwie sind es dann 40 geworden das heißt es ist natürlich man kann es wirklich kritisieren und ich bin auch keiner der es irgendwie verneint aber sie wissen einfach was sie erreicht haben sie wissen noch was vor ihnen liegt und das ist ein ganz großer batzen der noch vor ihnen liegt und trotzdem haben sie eine vision über jahre hinweg jetzt kann man sagen ja das ist doch alles pr gewäsch das kann er doch irgendwie erzählen wie er will das glaube ich dem nicht muss man auch nicht glauben das blizzard sagt ja auch des öfteren irgendwie diablo 4 soll jahre so halten das muss man auch nicht glauben das kann jeder für sich entscheiden das kann jeder eben dem sind auch kritisch beäugen finde ich absolut in ordnung aber man sollte zumindest ansprechen dass der co der entwickler der hauptsächliche zuständig in dem sinne was die entwickler anbelangt wenn der das sagt dann hat das für mich einfach mehr gewicht als wenn das irgendein streamer oder ein youtuber oder wer auch immer irgendwie mal kurz zusammenfasst also das ist für mich wirklich so wenn man das selbst hört dann hat das für mich einen anderen stellenwert und ich persönlich glaube dem das er wurde auch gefragt so nach dem motto oder es ging halt auch darum dass so ein bisschen die zuschauer irgendwie auch fragen stellen durften und die haben zum beispiel auch bezüglich david brevig den sie teilweise sehr hoch gelobt haben fragt mich nicht warum jedem das seine auf jeden fall so nach dem motto ja david bitte bitte hilf wilson studio die brauchen unbedingt deine hilfe und so naja gut ich enthalte mich jetzt dazu man hat ja rausgehört dass ich nicht der größte fan von ihm bin egal und aber was ich interessant fand war dass david brevig gefragt worden ist wie er denn und er hat scheinbar das spiel wirklich das erste mal überhaupt gespielt und er hat glaube ich den den daniel de louis glaube ich auch das aller erste mal überhaupt kennengelernt das war so ein bisschen awkward teilweise nach dem motto irgendwie ja man hätte sich ja zumindest mal vorher kurz ich weiß nicht ist es hatte ein bisschen komischen geschmack ich weiß nicht es war teilweise einfach nicht professionell und es wurde auch so gut wie bis auf ein bisschen twitter irgendwie auch keine werbung glaube ich dafür gemacht und das ganze vielleicht auch mal auf dem wursten game kanal so stattfinden lassen können und nicht auf irgendeinen kanal der ich glaube wie viel 500 follower hat aber okay ist ja egal aber aber der wurde gefragt was er denn über das spiel denkt und er spielt das spiel eben wirklich erst seit kurzem also er hat wirklich ich glaube genau in dem moment erst angefangen und er meinte ja die grafik ist halt ganz cool die animation gefallen ihm ihm gefällt auch dass obwohl dieser gore charakter also sprich diese härte dieses düstere und so nichts vorhanden ist zumindest nicht so wie in diablo 1 ja natürlich das spiel was er damit entwickelt hat egal und aber dass ihm das trotzdem irgendwie zusagt fand ich gut fand ich auch irgendwie angemessen weil jemand der das erste mal spiel spielt der sagt natürlich und das war bei mir ja gerade schnell alpha so das spiel sieht hat bombastisch aus das ist ja das was einfach direkt auffällt es sind die animation ist es das spielgefühl sind die die ist die grafik einfach dieses wirklich bombastische und das fand er in dem sinne auch gut und dann wurde gefragt ja was was könnte man denn dann holst du noch verbessern und da meinte er glaube ich irgendwie ihm wäre was aufgefallen was ich einen ganz interessanten charakter fand und ich fand halt super und das ist so ein bisschen beispiel dafür wie halt der daniel darauf reagiert hat ich fand super wie wie der wirklich dann zugehört haben das ist eigentlich ein cooler point also ein cooler cooler gedanke da bin ich persönlich auch noch nicht drauf gekommen wenn du eben in einer gruppe spielst dann siehst du nämlich das meinte david bradwick so und das das würde so ein bisschen irgendwie ich glaube distracted also ein bisschen ablenkend sein man sieht in dem sinne immer nur unter den anderen charakteren hier dieser dieser kreis unter einem aber wenn man selbst spielt also in der gruppe hat man keinen kreis und das würde ihn so ein bisschen ablenken da meinte daniel so okay da kann man echt mal drüber nachdenken vielen dank für den hinweis und das war nicht gespielt oder so sondern das war wirklich so ja da hat uns eigentlich noch gar keiner drauf angesprochen das fand ich irgendwie das das hatte so eine nette side note irgendwie naja aber was kann man sonst aus dem stream irgendwie holen außer zwischen den zeilen ich finde halt das wichtigste ist einfach die message der ceo auch wenn es ein kleiner stream war vielleicht sollte er auch klein bleiben damit nicht irgendwelche böse gesagt irgendwelche hater wieder reinkommen das ganze wieder todflame es gab kritik angemessene kritik es wurde auch immer wieder auf die aufs duplizieren von items hingewiesen und über die bugs wurde eben auch im chat immer wieder eben ja wurde ja teilweise relativ angemessen also niveauvoll wurde darüber gesprochen oder darüber geschrieben aber das ding ist halt einfach man weiß nicht genau also man hat keine information in dem sinne bekommen hat nicht erfahren so ja und das ist das was als nächstes kommt nein das war alles was man schon vorher wusste also ich wusste es auf jeden fall und das liegt vor allem daran dass halt der der von wilson game de der kotto einfach so einen guten job macht dass ich halt alles wenn ich es nur auf twitter ein bisschen mitbekommen habe dann höre ich mir halt keine ahnung 10 oder 15 minuten video von dem kotto an und habe ich einfach alle informationen die irgendwie in den letzten wochen irgendwie in den letzten tagen halt wichtig waren und von daher wusste ich das aber nicht jeder informiert sich so von daher das war vielleicht für den einen anderen vielleicht doch interessanter also mir persönlich hat es jetzt an informationen nicht so viel gebracht ich muss auch sagen ich habe das nicht aufgrund der informationen geschaut sondern mein augen oder mein ja mein haupt anliegen war eigentlich wie ist also wie sehr merkt man ob die entwickler darunter zu leiden haben oder nicht es gibt ja die vermutung dass der discord server eingestellt wird und das hat alles also die hauptsächliche ja der hauptsächliche wie soll man sagen modus wie jetzt informationen eben an die öffentlichkeit geraten und wie eben auch dann mit den spielern kommuniziert werden kann denke ich mal wird in naher zukunft vielleicht schon relativ bald dann übers forum laufen ich glaube der discord server der ja auch gerade zum ende in eher eine meme show war als alles andere es ging ja wirklich nur darum zu beleidigen und wirklich harsch zu kritisieren ich bin freund von harscher kritik aber nicht eben wenn es auf kindlichem niveau stattfindet also keine anentwickler als vollidioten oder arschlöcher zu bezeichnen das hat für mich nichts mehr mit kritik zu tun das ist seit das ist ein niveau und wenn man dieses niveau in dem sind ein bisschen halt rausbekommen könnte in dem man zum beispiel eben es so macht dass die ja dass die informationen nur noch eben über ein forum laufen dann ist das für mich auch absolut fein und genau das konnte man dem sondern raushören das heißt denen ist das in keinster weise irgendwie angenehm die wissen genau dass es noch sehr sehr schwierig alles ist aber sie sind auch in gewisser weise davon überzeugt dass sie das halt noch hinbekommen werden also das ist leidenschaft und diese leidenschaft kannst du nicht spielen ähm ich glaube dann wäre es ein super guter schauspieler dann würde der wahrscheinlich in richtig guten ähm top notch serien stattfinden und da mitmachen wenn er sowas schauspielen könnte ich glaube das ist schon schwieriger als man denkt von daher ich persönlich ähm fand dieses diesen stream ganz nett und ich würde mir sowas viel viel öfter wünschen und ich würde einfach mir viel mehr wünschen vielleicht schreibe ich das auch später noch auf ähm ähm unter twitter da in den beitrag rein dass die sowas mal auf ihrem eigenen kanal machen ja die haben dann irgendwelche leute die in gewisser weise vielleicht flamen aber so what also warum muss man das irgendwie auf einem kanal stattfinden lassen den keiner kennt und wenn du halt also ich weiß nicht ob es auch bei steam stand oder so ähm aber ich habe da nur von twitter erfahren und ich habe auch nur im ganzen zwei dreimal davon gelesen und ich meine sogar dass die ich glaube paar stunden vorher haben sie das nochmal angekündigt so in drei stunden oder so ist es soweit und danach kam irgendwie nichts mehr und ich frage mich warum warum macht man nicht einfach einen twitch kanal auf der genauso heiß wo es ein studio und da finden dann halt so alle paar monate irgendwelche devstreams statt ich weiß nicht ich habe es glaube ich schon ein paar mal erzählt aber nicht jeder wird es wissen ich fand halt schon in der beta und ähm auch später im verlauf also nach dem release fand ich es persönlich sehr gut wie diese community manager oder was weiß ich wer das auch letztlich war das waren nicht immer entwickler aber das waren halt wirklich ähm ja ich weiß nicht ob die eine pr managerin war auf jeden fall ging es halt um das spiel ähm blade and soul und ich habe das spiel damals sehr gerne gespielt zwar nicht in einer gilde oder so aber ich habe wirklich gerne gespielt und es hat mir viel spaß gebereitet alles und ich habe mir halt gedacht so nach dem motto boah ist das cool weil alle paar monate teilweise sogar alle paar wochen und vor dem release nach dem release es gab immer so devstreams oder zumindest so infostreams und das hat mir halt einfach so viel spaß gemacht dass ich gedacht habe ey das ist doch eigentlich eine coole sache und dann habe ich irgendwie schon in der beta schon teilweise ich glaube schon in der technischen betas angesprochen warum ich es nicht verstehe dass die einfach für ihr spiel einfach keine werbung machen warum machen die solche devstreams dann nicht warum findet denn sowas nicht statt hat man zu viel angst vor den kritikern vor denen die in dem sinnen nur nörgeln das ist doch wirklich etwas gutes ähm wenn du scheiße baust und das haben die entwickler eben auch gemacht da musst du eben genau diese kritik eben auch einstecken aber bei einem twitch stream den du selbst in dem sinnen moderierst kannst du ja auch die ganzen leute die wirklich überhaupt kein benehmen haben ja auch einfach rausbannen kriegen die halt irgendeinen time out und wenn sie sich gar nicht benehmen können kriegen sie irgendwie für ein paar tage ein band fertig warum machen die das nicht ich verstehe es wirklich nicht weil das ist das einfachste du machst auf twitch einen kanal auf von einem studio und da gibt es sagen mal wenn das jetzt so aussieht dass wenn die league anfängt ja dass du jetzt sagen mal klar in nächsten vier monaten wird da nicht viel passieren das macht ja auch sinn es geht denen wirklich darum dass sie das balancing fertig haben ähm dass sie das alles ähm von der vom der hardware dass das alles passt dass es in dem sinnen einfach ein sehr polisches spiel ist es ist gerade noch nicht polischt ich persönlich ähm finde es gerade okay aber es ist eben teilweise einfach noch nicht polischt und von daher so what aber warum macht man sowas nicht ich habe auch mal so aus spaß zu syrian gesagt irgendwie ich bewerbe mich da ähm ich werde mich da als pr-manager so bewerben nicht weil ich da irgendwie ahnung von habe sondern weil ich es nicht nachvollziehen konnte dass da einfach keiner in irgendeiner form werbung dafür macht ich habe es nie verstanden es war kurz vorm release und die haben nicht ein stream gemacht oder irgendwas um mal ein paar keys zu verlosen das wäre doch das einfachste gewesen du hast den daniel de luis den ceo dann hast du die community managerin die die ganzen ähm voiceovers macht wenn es darum geht eben diese features in der beta und so zu präsentieren und die beiden spielen das spiel und sie ähm spielt es oder er spielt es und sie stellt ihm fragen sowas halt warum nicht kann mir doch kein mensch erzählen dass das viel arbeit ist oder dass das viel kostet das ist doch für die eigentlich nur eine win-win-situation und wenn du eben solche leute hast die eben wirklich dann meinen wirklich nur stänkern zu wollen dann musst du die eben einfach dann knallhart bestrafen aber ich glaube so etwas könnte super gut funktionieren und ich kann einfach nicht verstehen warum das gestern so outgesourced sich angefühlt hat deswegen auch der mitschnitt glaube ich den wird es auf youtube auch nicht geben und ich verstehe persönlich auch nicht warum weil das ist doch etwas was für viele spieler einfach interessant ist und es geht nicht darum dass man jetzt super neue informationen bekommt sondern viele interessieren sich doch vielleicht einfach auch darauf naja oder dafür naja wie was ist mit den entwicklern wie fühlen die sich gerade fühlen die sich vielleicht sogar in gewisser weise irgendwie gerade schlechter weil sie das gefühl haben sie ja viel mist gebaut oder sie fühlen sich unwohl gerade jetzt auch in einer zeit wie corona das hat ja auch angesprochen dass für sie das home office an sich noch in ordnung ist weil sie eben auch viel teilweise an home office vorher schon hatten das sind doch so informationen die haben gerade so viele leute so viele menschen gerade abends die die entweder serien gucken oder filme gucken oder eben vor allem auch streams gucken auf twitch ist so viel los und diese ganzen rocket beans und auch andere serien nicht serien andere ich sag mal internet portale die gehen alle mehr in diesen ja fast täglichen wir berichten über corona aspekt irgendwie ja also games hat es auch ganz gut gemacht inwieweit sich jetzt eben ihre arbeit auch ändert und sowas halt und da könnte man das doch gerade jetzt ganz gut verbinden ich weiß dass es gerade blöd ist weil sie eben auch ein gewisse ich habe ja immer gesagt sie müssen jetzt auch ein bisschen zur ruhe kommen dass sich die gemüter so ein bisschen eben auch abkühlen das finde ich auch genau richtig aber aller spätestens dann wenn du halt wirklich ein paar wochen in dem sind sagen wir mal so drei wochen drei vier wochen vor der league bist also man weiß so keine ahnung in paar wochen kommt die liga und das sind die features warum macht man dann nicht einen offiziellen stream wie es gerade gesagt habe die community managerin zusammen mit dem ceo oder mit einem anderen bekannteren entwickler weil ich persönlich kenne nur den daniel de louis von wilson ich kenne sonst gar keinen ich weiß überhaupt nicht wer der sonst ist und das würde ich jetzt einfach sehr begrüßen von daher informationsmäßig war der stream jetzt nicht gerade berauschend aber vom feeling her um zu mit mitzubekommen inwieweit die jetzt in gewisser weise getriggert sind oder nicht inwieweit die das belastet oder inwieweit sie das vielleicht auch freut denn es gibt ja nicht nur leute die sie kritisieren es gibt ja leute die und da gab es wirklich auch einige im stream was ich sehr schön fand die auch geschrieben haben ja bitte fix das game ich liebe dieses spiel aber bitte im moment ist es einfach nicht gut genug bitte macht es ähm und dann ähm ja sieht es auch wirklich danach aus dass es auch in nächsten jahren einfach eine große sache werden kann von daher ich finde dass das genau das falsche war ich habe mir unter diesem devstream mehr vorgestellt dass das ganze viel offizieller in dem sinne stattfindet und dass ich hätte zum beispiel diesen daniel ähm nicht den daniel den den david brevick nicht unbedingt gebraucht also vielleicht mal für so fünf minuten dabei ähm aber es hat sich so ein bisschen ich weiß nicht es hat sich danach angefühlt als würden die sich nicht trauen so einen eigenen stream auf die beine zu stellen und das verstehe ich nicht es muss ja also klar jetzt wegen corona ist natürlich schwierig irgendwie dann sollte man nicht extra ein streamer mit mehreren personen aber auch das kann man doch einfach über webcam oder so machen also ich meine in gewisser weise kann ich es verstehen dass sie da ein bisschen ruhe reinbringen wollen aber das gestern hat sich angefühlt wie ja wir machen das so ein bisschen nebenbei aber wir trauen uns nicht so wirklich das ganze auch groß anzukündigen weil wir vielleicht wirklich schiss haben dass einfach wieder zu viele nörgler reinkommen ja aber der stream glaube ich hatte um die 350 zuschauer und es war jetzt keine wirklich gute c c c c c time also sprich für unsere zeit hier in deutschland zum beispiel war es halt ab 22 uhr ja wenn man aber schon morgens um halb sechs oder so raus muss dann guckt man den stream ja wahrscheinlich nicht unbedingt ähm von daher hätte man vielleicht auch ein bisschen früher irgendwie starten können klar das waren amerikaner dabei david brevick ist auch amerikaner aber ich meine weiß ich nicht das ist ein französisches entwicklerstudio die sind in nizza da hätte man auch eine andere zeit einfach nutzen können ja dann ist natürlich nicht toll für die amerikaner aber dann das meine ich damit die haben sich das nicht so richtig getraut ich hoffe dass sie aber ein bisschen daraus lernen und dass sie vielleicht darüber nachdenken ich werde es gleich noch ähm oder wenn ich vielleicht das video hier gepostet habe auf twitter ähm werde ich vielleicht irgendwie reinschreiben ich habe gerade meine meine dazu geäußert wie wäre es wenn ihr so eine art ähm live stream alle paar monate mal machen würdet und das ganze eben jetzt unter offizieller flagge ich meine mehr als irgendwie dass das abgelehnt wird oder so oder nicht drauf kommen oder nicht reagiert wird mehr kann ja eigentlich nicht passieren von daher finde ich es dann irgendwie auch fein aber okay warten wir mal ab das war es also dazu macht es gut das war meine meinung zu dem live stream und ciao